Hallöchen Freunde und da sind wir wieder. Mal gucken was wir heute alles machen können. Kannst du hier eigentlich was kochen auf der Stelle? Boilet Reis, ja. Ich hoffe es bleibt. So ein geschissenes Wetter hier, hm? Hm. Tatsächlich, ich habe Reis gekocht und sowas. Cool. Und gucke tomato ein. Ähm, wie macht man das mit dem Rüberbau nochmal? Und immer noch selber. Du hörst dich immer noch selber. Ähm, jetzt, jetzt besser vielleicht so? Weiß es nicht. Es ist nicht immer, nur ab und zu mal. Okay, dann bin ich wahrscheinlich mit dem, äh, mit dem Kopfhörer zu nah am Mikrofon wahrscheinlich. Kann sein. Ähm, okay. Ähm. Oh, ich hab noch. Bauen, du gehst für Inventar. Dann gehst du auf dieses, äh, diese Mauersteine. Also das Publikum von dem Mauerstein. Dann packst du das was du haben willst und bauen, packst du oben in deine Inventarleiste. Wo du sie irgendwo haben willst. Ich hab sie auf der rechten Seite, hab ich sie drinnen. Und dann kannst du mit links und rechts kannst du bauen. Rechts ist, glaub ich, im Hintergrund. Und links ist im Vordergrund. Ups. Na ja. Haben wir uns vorgenommen? Aua. Ich brauch immer so lange, bis ich zur Waffe gewechselt hab. Ja, ich auch. Ich auch noch ein bisschen. Ey. Oh, hat hier ein Schieß. Guck, guck. Hm, süß. Tadaa. Oh, da würd ich mal aufpassen. Also wenn du da hier drauf bist und drückst feiner unten und springst, ich glaub, da fällst du tief. Oh, da ist eine Pflanze drüben. Und sowas riesiges. Was ist das für ein Riesenteil? Okay. Mit E wahrscheinlich? Gut, 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 gut. Oh, weg. Huh? War nix genug. Oh, ich schenk dir das Ding mal, dass da steht. Oh, ich hab die Karotte gefüllt. Nice! Oh, nicht so, ich weiß nicht, wenn ich da was gekriegt hab. Hm. Hm. Die Truhe kannst du übrigens moment mitnehmen, wenn du möchtest. 5. Ich bin jetzt noch mit dabei. Poggeast, Necromix, Manipulator Module, Flare 5. Nice! Aber das sind dem anderen Ding, das ärgerst mich jetzt mit dem anderen Teil. Vielleicht ist es da zu langsam. Also ich denke mal Spazi, dass wir vielleicht ein Häuschen bauen werden, da wo wir immer gespawnt werden, weißt du? Deswegen sammeln wir mal ein bisschen viel Holz, damit wir vielleicht einen kleinen Unterschlug bauen können für die Erde. Guckst du da gerade an der Seite, die selbst runter geht, oder was? Ja, ich will wissen was, wo es sein geht eigentlich. Ist das nicht das, wo ich schon mal runter gefallen bin? Da ist Holz obendrauf gelandet, ich hole mir gerade das Holz runter, weil ich das Zeug zerstöre da gerade. Okay, also das wäre eine böse, böse Falle hier drin, weißt du das? Weil hier ganz oben hast du nachher einfach Ende und ein bisschen Wasser zum Auffangen von der Höhe her. Das wäre echt böse so, meine Güte. Das wäre echt böse. Toll. So, ich habe extra zugemacht. Lass dich. Oh, wie tolls? Ach, Manno, das wollte ich jetzt gerade runter holen, das Zeug. Hast du geholt eben? Einfach nur reingesprungen, hast du geholt. Ah, okay. Hier unten steigen. Oh, was böses? Kann ich wieder mitnehmen hier, warte. Oh, ich ste- ah, scheiße, ich mache her. Kerzen haste ich jetzt. Toll. Was hast du hingestellt? Kerzen? Kerzen, ja. Ja. Oh, hier Eisen. Ja, Mensch. Was? Unten auch, ne? Ich hast runterfällst da. Ich weiß, wie tief das runter geht. Ja. Ja. Ah, 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 okay. Hier unten ist zwar nicht sehr tief, aber auch schon runter. Okay, jetzt fällst du ihn nur runter. Oh, ich komm da nicht hoch. Ja, jetzt kannst du abbauen. Ich soll eigentlich da oben hoch. Ach so. Ja. Licht. Oh, kann sein, dass es gleich den Kugel ankommt. Jede Menge Kugel. Ja, können wir auch an der anderen Seite uns hochbauen. Hier unten ist noch Kugel. Kannst du auch hier drinnen hochbauen, ne? Schräg. Dann lässt du den Typen erst mal angetanzt. Kommt hier. So. Oh. 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 Ja, geht. Geht doch. Und mal gucken, ob da oben sich irgendwas befindet. Das ist halt was. Mhm. Ja, ist nix. Okay, alles krach. Warte ganz kurz. Wenn er weg geht. Dann kannst du ja auch mal. Und. oh. Ja. wie viele credits hast du denn eigentlich, wie war das schon? hab ich grad nicht gesehen, jetzt hab ich mal den baum auch gesehen du, da ist irgendwas vom baum runtergefallen, irgendwas rotes ok, ja, der hasel ist hier red, total hi hi, ja du hier hinten sind woterschläckis ok ich darf schon abbauen, ne? ich mach da ein bisschen licht hier rein ich hab ein bisschen eisen gesammelt, ne? wie denn nix drin gewesen? in so nem großen teil hm 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 hab'n Leder! ja oh wem hab' ich denn Leder und Knochen? ok oh halt, halt kann man mit dir reden? hey stranger, is you looking for the phone? ohho hello ah, hier ist so ein, ein, ein Dingens ich bin mal kurz mein Leben auf ins Zeltchen mhm und bin gleich wieder da ah, ok bisschen Holz mal sammeln hier, ne? da brauchen wir ja alles, schon dunkel ist gesammelt so ne, hier fallen keine Nüsse runter komisch hast du eben selbst ges祝ع dafür? nö, nur mit dem ach so ist das aber ne Kiste? oh ne Kiste ist es, was find i jah, ne? ne, ich nich ich kann da nichts wollen ne untere Kiste �ch die linke unterre beide nix auf hohoh das ist krass, das sind Be fair 15 Kredits und ... Was ist das für dich? Weil... Aber kann man im Hotel schlafen, krass. Ah, du bist hier unten drin, ne? Cool! Ah, du bist hier... Irgendwie was wegen nem Fragment. Mhm. Oh! Komm mal her, hörst du das Klitschen auch? Ja. Ah! Ah! Alles abbauen kannst du, das Zeug kannst du auch hier abbauen, ne? Die Sachen, die du da siehst. Ich hab übrigens die Zelte mitgenommen, ne? Boah, sie hat zerbrochen. Ich hab ne Vase zerbrochen. Ach, hier waren wir doch schon mal unten. Ja, ne? Ja, ne? Sollen wir oben mal was bauen, mein Schatz? Hier so, ich hab da irgendwie ein bisschen Sicherheit gemacht. Lass mal hier. Ah, die kannst du gar nicht anknacken. Okay. Okay. Weil die hier ist so ein bisschen schön hier. Ein bisschen? Ein bisschen. Ich mach mal das komische Zeug gestribbelt hier weg. Damit ich hier... ...irgendwie mal Dings bauen kann hier. Acker, weil es zukünftig ist. Ach so, Frau Blass. Ich häng grad fest, ich häng grad fest. Ja, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Okay. Okay. So. Ich würd sagen, ich pflanze hier mal kurz was hin für uns, ne? Einfach nur mal so Just for Fun. Machst du Schokolade? Was? Machst du Schokos? Wieso? Ich brauch eine Schokoladenpflanze. Ich baue ich mal an hier. Schokoladen zieht. Ach, geht ja gar nicht. Ich muss erst mal das Feld um Acker. Bleh. Wir machen das anders. Ich guck noch. Was kann man denn in Kraften? Was kann man denn? Ne, das kann man in Kraften. Thimba. Wir brauchen Holz, ne? Ja. Ja. Also aus, ähm, Wuttenlocked kriegst du Timba raus. Timba sind Holzplatten und sowas. Also Holzbretter. Brauchen wir davon? Ja, ich mach mal ein bisschen was. Wegen Wände und sowas halt machen, ne? Oh, ich hab 150, äh, 130 Stück. Was? Ah, du kannst die Zahl selber eingeben. Cool. Oh nein, jetzt hab ich was falsch gemacht. Kannst du den der Upper one? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Aber wie baut man eine Plattform fürs Haus? Eine Plattform? Ähm, mit der linken Maustaste vorne. Also dass du direkt bauen kannst. Vor dir. Linke Maustaste heißt, da wo du hier rumläufst, kannst du bauen. Rechte Maustaste ist im Hintergrund bauen. Cool. Gut. Es ist mal runtergetrunken. Gut. Es ist mal runtergetrunken. Was machst du? Habe ich erst mal unser Zelt hingestellt. Mit der Notfalls mal. Ach so. Ach so. Ah, du brauchst das zum Hintergrund erstmal nach unten, ne? Und mich total verschoben. Ich möchte hier drüben, wo du jetzt grad stehst, was wegnehmen erstmal. Die Seite noch hier. Ach so. Durch das, dass er hier steht, kann ich nix bauen. Ach so. Hm? Kann man ja nicht irgendwie wegjagen hier. Auch ab, die Augen. Scheißkerl. Toll. Jetzt haben wir ein Mitbewohner im Haus nachher. Ja, die müssen wir anders bauen. Ich gucke grad so schön gerade hier die Stelle. Ja, ne? Eben. Ich gucke mir ganz kurz mal hier vorne ein bisschen was an. Den kannst du nicht angreifen? Ne. Tolle Wurst. Ich hab noch niemals schon 130 Timber, die ich hier gebaut hab. Ich hab's nicht vergessen, auch Hintergrund hast du abgebaut, ne? Er hast du auch gebaut. Also ich glaube, irgendwo, wenn wir weiterlaufen würden, kommen wir irgendwo zu uns, wo wir das Boot sind. Ach so. Ein kleines Blöckchen. Und ein... Das geht auch zu bauen? Warte, warte. Ne. Aus einem großen machst du viel kleiner. Ach so, ja, richtig. Ach so, ja, richtig. Was will der denn? Ich weiß was denn... Der verfolgt mich die ganze Zeit. Ich muss nur ganz kurz im Spiel bei mir etwas die Musik leiser machen. Geht das? Ja, er ist weg. Wir können bauen. Schnell ich mir. Ha. Ausgesperrt, Junge. Oh Mann, oh Mann, ich hab dich ausgesperrt. Ich bin drin. So. Dann lass uns mal kickeln. Äh, kicken. Kickeln. Er kommt wieder runter, genau. Alter. Was bist du denn für ein Hengst hier? Sprichst du einfach über die große Mauer drüber? Ah, das ist ein falscher Hengst hier. Hier können wir nicht bauen. Ach, das war jetzt nicht grad gut hier, ne? Oh, warte, 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 warte. Geht er wieder? Komm her, wenn er wieder... Warte. Ich. Komm, ich komm. 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 Komm, ich komm. Komm, ich komm. Aus. Auf. Was? Hm. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Hm. Wenn du jetzt wieder gespawnt wirst, dann bist du ganz so anders, ne? Okay. So, ich hab ihn ausgesperrt. Also wenn, dann müsstest du links rum, ja? Hä? Dann, ich möchte einmal wissen, was ich für diese komischen Dinger brauchte. Devil of Matter, ein Machine, das abgibt. Oh, das ist so cool. Oh! Oh, wie geil! Ah! Nichts vor Hause. Mhm. Du bist. Warum müsste ich links, rechts rum? Links rum. Ehrlich jetzt? Ja, links rum, das dauert ein bisschen, dann bist du bei mir uns. Äh, bei uns, ja, weil der Typ auch dabei ist, dass du bei uns. So, links rum, wir sind doch aber rechts hingelaufen. Ja, aber... Ja, aber... Äh, aber links rum komm ich ja gar nicht zu dir. Doch, wenn der links rum läuft, dann bist du gleich bei mir. Nein, bin ich nicht. Du meinst wohl eher rechts rum. Rechts, dann müsst du... Das ganze Weg, den wir gelaufen sind, müsst du auch wieder nachverlaufen. Wenn du rechts rum läufst. Links rum komm ich aber nicht. Ach, kommst du nicht weiter, meinst du links rum? Das wusste ich nicht. Da komm ich schon weiter, aber... Da komm ich schon weiter, aber... Da hat keiner Lust mich durch die halbe Welt dazu buddeln. Achso, und zu buddeln meinst du? Alter, ist das... Oh, ist das Riesenvieh. Ich hoffe, dass er niemals zu mir uns kommt, ja. Ups, bin gestert. Nein. Doch. Ja gut, zum Glück, muss man sagen, hier... Ähm... Verlieren wir keine Sachen hier. Hm. Uh. Entschuldigung. Na, mach mich. Ah. Tada, guck guck. Krass. Kann mich zu dir wie? Ähm, ja? Ähm, ich hab was hingebaut. Ich weiß nicht, was du da machen kannst bei dem Ding. Ich bin verzweifelt am... Kräften. Okay. Kannst du vielleicht ne Tür oder sowas kräften? weil ich mich nur innen mit dem Ding oder geschehen will. Entschuldigung. Ich bin heute auf dem Deck. Stellt erstmal ein paar Sachen hin dir, damit wir was haben. Ein Hunting-Spaar kann ich in der Küche machen, aha. Hast du Wooten Workbench schon gemacht? Nee, ne? Doch, warte, warte, warte. Okay, nice. Habe ich das für euch eben gemacht? So, ich mir ein bisschen Licht, Jens, dunkel hier. Da. Da. Ich hab mir so ne Ölterne mitgenommen. Oh, cool. Mhm. Cool. Aber so. Aber ich hab grad eben so ne Wooten Workbench gemacht. Ja. 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 Ich kann nur ran, wirklich... わ. Das ist schon ne Wegrennen da. Scheiße wie der Absatz da unten Ne. Ja mal egal hat Gott. Ja, vielleicht kriege ich die Ecke weg und auch hier eine Treppe erfahre. Guck mal, ein Spillrad. Cool, ich habe eine Treppe gebaut. Siehst du das? Geil. Nice, mein Schatz. Und? Werksbank. Ich gucke mal, ob du die, weil ich hier bauen kann. Ich nehme das mal weg hier, das Zeug. Ah, schon gebaut. Zumindest brauchen wir... Rücken durch. Oh ja, nice. Dann machen wir gleich mal so drei Türen. Damit die Türen überall bauen können. Setz du genau da, am besten wo der Absatz endet bei dir. Schick. Schick. Schick nicht hinsetzen. Kannst du ihn nicht hinsetzen? Ja, wahrscheinlich wegen dem... Kannst du den hier hinsetzen, wo ich jetzt so stehe? Warte mal ganz kurz, bitte. Ja, schon. Du bist du da. Warte mal hier. Auch nicht. Das war nicht. Das war jetzt da zu groß war, wo du warst. Ich bin seliger, wo du hinarbeiten willst. Jetzt geht's, ne? Du brauchst diesen Absatz. Den hab ich jetzt mal hier mal gemacht, hier unten bei unten.